Halli, hallo, hallö, schön und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, meine lieben Freunde, ich bin der Onkel und wie immer mit dabei, der dumm laberische Riffan. Alter, ich hol gleich mein Laserschwert raus. Ja und gestern haben wir Überleben auf Sullust gespielt und heute geht's auf Endor und da werden wir mal sehen, Admiral Akbar hat einige morgendlichen Angriffe auf den Waldmond Endor angeordnet. Am dumpfen Grollen der Explosion erkennst du, dass deine Mission erfolgreich war, allerdings alarmiert der Lärm imperiale Truppen, die nun in Position gehen, um die Rebellen abzufangen. Du musst dich den imperialen Truppen stellen und um jeden Preis überleben, bis dich Admiral Akbar mit der Flotte der Rebellen evakuieren kann, möge die Macht mit dir sein. Hm, hm, hört sich geil an. Oh, Endor ist eh, Endor ist eh meine Lieblings-Map, weil ich finde, dass diese geile Landschaft einfach übelst, übelst, megaübel geil aussieht. Übel? Übel? Megaübel. Landschaft? Megaübel. Ja, die sieht gut aus. Sag mal bitte, sieht gut aus. Ah, Star Wars, ist so schön. Yo, es dauert ja auch nicht mehr lange, liebe Freunde, dann kommt der Film. Ich glaube, das ist sogar schon vorbei, bis der Part rauskommt. Ich glaube auch, dass der Film eher ein Flop wird. Ich bin gespannt, ja. Weil ich finde, dieses Ganze, was die... Ah, Granate! Oh yeah. Weil dieses ganze Geheibe und das ist ja jetzt machen, also du kannst ja gar nicht mehr, du kannst ja gar nicht mehr irgendwo hingehen ohne Star Wars. Wahnsinn. Ja, ich habe heute im Kauf meine Stofftiere gesehen. Selbst mein zweijähriger Sohn kommt jetzt auf einmal an. Star Wars! Hä? Wahnsinn. Ich hoffe, er wird ein Knaller. Ich hoffe. Also, dass das ein super geiler Film wird. Was war das? Bewegung, Bewegung! Boah, die Grafik, ne? Ich will ein Evox sein. Ihr Sabotageakt war erfolgreich. Bist du doch. Allerdings rückt der Feind jetzt zu ihrer Position vor. Wir kommen, um sie zu evakuieren. Aber sie müssen bis zu unserer Ankunft ausharren. Möge die Macht mit ihnen sein. Alles klar, Käpt'n. Ja, Onkel, wir müssen jetzt auch in diesem... Da ist ein Evox, ich habe ein Evox. Echt? Da oben auf dem Baum. Äh. Ja. Ja. Und, hey, da oben steht Chewbacca. Das ist ein Evox, mein. Das ist kein Chewbacca. Okay, ich will den sehen. Äh, wir müssen die Dinger noch sammeln, ne? Denk dran. Ja, ist mir egal, da ist ein Evox. Ich will hier den Evox ankommen. Och, der rennt weg. Oh. Du hast ihn wieder erschreckt. Da ist er, ja, tatsächlich. Das wird hier auf der Map verdammt schwierig, kann ich gleich mal sagen. Diese... Bergungsobjekte zu finden. Ich sehe schon noch nicht mal einen Gegner. Oh, Alter. Na gut, da habe ich ja nicht viel gemacht. Ich glaube, das wird hier bestimmt sein. Dings-Same. High-End-Bomb-Bomb-Rennen, ja. Ich glaube, das wird sein Ding selber, aber diese. Wo wir nicht alle finden. Diese Schock-Truppen haben schwere Blaster. Schock-Truppen. Kein ist der da, ehrlich. Ja, der Onkel kommt runtergesprungen. Ja, such nur mal mit. Ja, ich suche doch auch die ganze Zeit schon. Da oben ist so ein Transporter. Ich guck mal da. Mann, ist das denn eine Kacke. Die Map ist echt geil. Die ist wirklich toll. Aber... Die gefällt den Rewiner wieder, wenn du über... Ey, die Ionen-Kanone ist... Die Ionen-Granate, die ist ja echt zum Kotzen. Die braucht ja 100 Jahre, bis die explodiert. So, das machen halt Granaten. Die dauern ein Stück. Ah. Hast du schon ein Bergungsobjekt? Nee. Haben die überhaupt welche eingebaut hier? Ja, steht doch klar. Oh, Mann, ey. Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgeworfen. Ja, hoffentlich. Guck mal da drauf. Unsere Scanner empfangen die Position der ersten Kacke. Oh, hier ist keine. Bei dem anderen war wenigstens noch eine hier. Hol die Kapsel. Du suchst doch sowieso, dass du das schnitt. Doch, ich such doch. Mein Gott, ich bin die ganze Zeit am suchen. Aber hier ist nichts. Ich hab sogar schon da oben drauf geguckt. Ah, Sucht du eben. Eh, 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 eh. Ja, will die hoffen. Krass, krass, krass. Wo können die Dinger sein? Ah, die sind sehr, sehr gut versteckt und getarnt, liebe Freunde. Guck mir gerade so einen abgestürzten AT-AT an. Und der sieht ja mega geil aus. Vielleicht ist ja hier so ein Rettungs-Dings hier drin. Scheiße, die nehmen unsere Kapsel ein. Die muss ganz schnell dahin. Ich fürchte, zu feiern bleibt keine Zeit. Das Superium hat bereits Verstärkung in Marsch gesetzt. Wir sichern die Rettungskapsel. Ah, war die offen. Verhältnis in Leben. In welche Richtung? 70 Meter. Boah, Leute, das ist echt heftig hier. Weil ich will mich gar nicht so auf die Soldaten hier konzentrieren. Ich konzentriere mich die ganze Zeit drauf, so ein Ding zu finden. Und ich muss leider gestehen, hier gibt's ja gar nichts. Ein extra Leben hab ich wenigstens bekommen. Gucken, die Rettungskapseln da eben retten. Boah, ihr kleinen Penner, ehrlich. Ach, Mensch, was machst denn du? Ja, äh, kämpfen. Ich denke, du bist bei der Kapsel. Bin ich. Nur, da sind so viele. Ich muss eben vier gedrückt halten. Ausgezeichnet. Keine freundlichen Einheiten mehr auf den Scanner. Ja, die Map ist krass, Leute. Die macht schon Spaß. Aber hier findet man wirklich nichts. Oder hast du schon eins gefunden? Ne. Nur diese komischen Ionen-Aufladgeräte hier. Ich bleib jetzt bei der Kapsel. Das wird die unbedingt haben. Ich hab eins, ich hab eins. Wo? Nichts, wo. Bleib stehen. Na, schön. Feindliche Einheiten nähern sich. Boah. Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Das Osten. Boah, scheiße, Leute. Boah, der Onkel ist nicht da. Boah, sieben Lebensenergie nur noch. Passt mich bloß zu holen, dann komm ich. Ich suche gerade den Wald durch dieses Scheiß. Ja, ich glaubte das. Jetzt hab ich auch so ein Artie-Kappuck-Ding. Ja. Artie-Kappuck-Kur. Ja, Artie-Kappuck-Kur. Na ja, der Star-Wars-Film. Ich bin echt gespannt. Mittlerweile werde ich ihn wahrscheinlich schon gesehen haben. Müssen wir dann irgendwann, wenn's so weit ist. Naja, zwei Parts in der Woche. In zwei Wochen kommt er schon raus. Der Part ist erst in vier Wochen oder so online. Oder fünf. Eine Versorgungskapsel landen. Da, ha, Boss. Schön für die Rettungskapsel, aber mich würd's eher mal interessieren. Zack, zwei. Ah, schön. Also langsam kommt der Onkel rein, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle hier rumliegen. Das besiegt dir die ganze Zeit die Feinde und ich bin an dem Scheiß-Dingern so. Ah, ja. Und das? Ach, gesniped. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hm, er hat mich weggesniped, der Sack. Brauchst du Hilfe oder was ist jetzt nur? Nö, nö, ich geh jetzt zu der Rettungskapsel. Such du mal weiter. Mach du mal die Bietenaufträge. Na, super. Jetzt musst du denn erst die Scheiß kaputt, die... Erst die Scheiß kaputt. Ja, die kenn ich, die Scheiß kaputt. Boah, die Kranik, das ist herrlich. Mach mich kaputt. Wir erobern die Rettungskapsel. Ich tue gerade hier die Gegend ab, aber... Tod. Okay. Was bist du bei dir? Nee, doch nicht. Oh, bei mir sieht's gut aus. Meine Fresse, wo ist denn... Wie immer ganz ruhig. Ach du Scheiße. Ist doch nicht so ruhig. Naja, der ATS-T kommt zu mir. Da war er bei mir. Hm. Bamm. Ja. Wie viele kommen da, hast du gesagt? Ich verstecke, was? Ich dachte, wie viele da kommen. Von den ATS-T einer war's, ne? Oh, ein Herzchen ist aufgetaucht. Oben bei dir am Baum. Geh mal schnell hin. Ich weiß nicht wo. Bei dir. Bei dir? Was bei dir? Umdrehen. Keine Ahnung, ich sehe kein Herz. Aber das ist an einem anderen Map. Nein, 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 nein. Ich sehe kein Herz. Ja, ich komme ja schon. Ach, da unten? Boah. Ich komme ja schon. Ah, hast du Glück gehabt. War eins von diesen Dingern eigentlich hier oben? Ich habe noch keins hier oben gefunden. Deswegen suche ich jetzt gerade hier oben. Ich glaube auch nicht, dass wir die hier finden werden, Alter. Ja, ich habe den voll im Kopf geballert. Scheiße, wie viele haben wir jetzt erst? Zwei, ne? Ich finde die gerne noch mehr. Ich habe eins. Da hinten. Okay, ich habe eins entdeckt. Ich habe eins entdeckt. Ich habe eins entdeckt. Tu es. Tu es. Tu es. Na, ich wette gerade. Achso, du kümmerst dich drum, oder? Mann, stirb jetzt so dummes Ding, so. Also war gar nicht mal so schlecht, da oben auf den Baum zu gehen. Ich, oder? Ich weiß es jetzt. Ach, scheiße. Das sieht alles so gleich aus. Okay. Ich würde gerne mal nach einem Stockwerk höher, aber es geht nicht. Ich habe es, ich habe es. Da haben wir sie alle Bergungsobjekte freigeschalten. Drei Stück haben wir, ne? Mhm. Für geil, die Mäbe ist aber so unübersichtlich ist auch. Ach, komm mal hier, komm mal hier. Komm mal hier, komm mal hier. Die Mäbe ist schon geil. Das Problem ist einfach. Ich kann auch die Bäume hochlaufen. Wie soll denn das funktionieren? Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich klappe jetzt alle Ecken ab. Weil meistens ist es ja in den Ecken drin. Das scheiß Teil. Ja, das ist mehr so. Man müsste es eigentlich nur einmal machen. Dann haben wir die Sterne schon wegen den Teilen, wegen den Bergungsobjekten. Und dann kann man sich natürlich im anderen Schwierigkeitsgrad nur darauf vorbereiten, ähm, gegen die, gegen die Gegner. Ich denke mal, so würde das auch funktionieren. Ja. Weil wenn du auf Schwer oder so spielst, da kannst du mit Sicherheit, hast du bestimmt keine Zeit, noch ordentlich hier, äh, die Dinger zu suchen. Oh, ein ETS-T kommt, okay. Na, das macht mir gerade weniger. Oh. Hä? Guck. Oh, Mann, die nehmen mir mal alles ab. Ich kann mich nicht um alles kümmern, suchen und Rettungskapsel. Ähm. Suchst du oder tötest du nur? Ich mach beides, aber nicht. Ich sehe gerade, du bist bei der Kapsel, das ist okay. Wir haben hier gefunden, die Rettungskapsel, ja. Boah, ich denke mal, hier gibt es noch mal eine Etage weiter oben, aber da komme ich nicht hin. Ich kann aber vorstellen, dass... Naja, wir müssen bestimmt auch... ...dass da irgendwo dieses Scheißding noch rumfliegt. Wir haben die Rettungskapsel gebaut. Na ja. Hast du? Na ja. Ich hab eins. Ja. Tier von 5.1 noch. Auch die Ressourcen des Imperiums sind nicht unerschöpflich. Boah, ganz in der Ecke, im Gespisch versteckt. Also, die sind ja richtige Schweine, sind das. Richtige Schweine. Und weißt du wo, bei dem Flug... Ne. Was ist das hier für ein Teil? Doch, bei dem Flieger, wo wir waren. Da oben in der Ecke haben sie es versteckt. Aber dem Revano entgeht nix, Leute. Dem Revano entgeht nix. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Einen, einen haben wir noch, ne? Ein braucht... Da hätten es noch ein Leben, falls du eins brauchst. Hm. Das ist so weit weg. Vielleicht ist auch da noch so ein Teil. Ne, da bin ich ja vor uns abgerannt, hier bei den Dingen. Die Seite bin ich vor uns, ja. Okay. Glaub ich. Ein verkacktes Teil fehlt noch. Wir hätten das ruhig an der Karte anzeigen können. Dann wären es ja keine versteckten Objekte, du, du, du. Naja. Wer hat dann ein halb verstecktes. Komm, wir spielen Versteckung. Auch nur, wenn du die ganze Zeit singst. Und feist. So, jetzt muss ich mal gucken. Guck, du noch mal mit, Onkel. Es sind nur noch vier Wellen. Wie klein komm ich mit. Und ein scheiß Teil noch. Können wir schon wieder ausrasten. Ich hab's. Heißt das. Ja. Gott, ey. Endlich, ehrlich. Ja, jetzt komm ich zu dir. Warte, dann lass uns jetzt die letztendlichen Wellen. Weil das ist wirklich das Schlimmste daran. Dieses blöde Sammeln da. Aber Tee Armwork, das geht immer. So, Onkel. Da hinten sind noch irgendwelche Dinger, ne? Hier, diese Special Objekte. Die können wir noch holen von dem Versorgungsding. Ja, Gott, Mann. Ich komm. Geflogen. Ich hör Schüsse. Nee, nee. Ich bippe mein Jetpack angezappelt. Achso, zwei Gegner haben sogar noch überlebt, hä? Die kämpfen bestimmt gegen die Ewoks. Da, da ist was. Ein Ewok, da ist ein Ewok. Und dann jagen die das. Warte, hast du so ein Ding eingesammelt? Mhm. Was hast du? Bist du, ich verkeh... Ich weiß noch mal nicht, was das ist. Annäherungsbombe habe ich bekommen. Oh, die können wir einfach mal hier hinstellen. Ich hab so eine komische... Keine Ahnung. Das ist so... Sieht aus... Ja, und ein Geschützturm, Infanterie. Boah, das wird geil nächste Runde. Pass auf, nicht so nah. Okay, dann lass uns mal die Gegner holen. Oh, Alter, da war einer. So wie das ist unsichtbar. Ja, ja, ja. Das sind die, ähm... Ziff-Attentäter. Okay, dann kommen wir jetzt hier warten. Weil... Hier ist der Sprengstoff. Kommst du zu mir? Onkel? Warum? Hier sind nur noch mehr. Weil wir hier eine Annäherungsmine haben. Ein Geschützturm. Und ich hab noch eins in der Hand. Ach, da brauchst du nicht. Na? Schönen Drecksack, ich hab da ja. Hey, die wolltest du noch eine knüppeln, ne? Mhm. Der wollte denen noch eine knüppeln. So. Hast du den E-Wog gehört? Okay, gehen wir mal. Oh, 100 Meter am Arsch der Welt. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass wir... Was? Was? Ich sag, ich bin so froh, dass wir die Dinger gefunden haben. Oh, scheiße. Schön erschossen. Schön. Okay. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Okay. Okay, Schuppe. oh ja ich habe achtung eine granate panzer forst guck mal wieder aussieht geil der kopf richtig gesprengt habe ich da gar nicht das ist das so ein kreis der feind bereitet noch einen angriff vor ja hoffentlich oder hätten es noch ein level leppe läppsche eine läppische läppe da bin ich direkt mal ein ja oh herzilein du kannst ruhig so traurig sein so mal gucken wo ist der onkel schon wieder hingejumpt der alte der alte rebelle du bist ein rebelle und machst eine rebellion bist du noch da und da bist du gerade bei deiner rebellion warum nicht dort das war absolut alter was geht denn jetzt hier ab hier ich finde das so geil wenn ich die jetpacks typen abbala dass die sich dann immer noch so ein kreis flattern wirst ja ich habe den ich habe ihn mit meiner jungen granate ionisiert ionisiert ironisieren ja so fast so rebelle 14 ja das ist ja mal ganz chillig hier mal gucken werde 14 und 15 ist noch mal alles was sie haben alles aber ich glaube auf schwierigkeitsgrad meister oder so da kommen wir ins schwitzen man wieder falsch gesprungen hat da ist noch einer guten tschach und guten alter was halten die aus das ist der wahnsinn naja meine granate hat ihn der lebt ja immer noch die onkel ist auch hart im match hier sicher sicher ja einen noch sicherlich na gott sei dank eine versorgungskapsel aber ich habe immer noch volle ich habe immer noch volle granatwerfer in meinem rucksack hier also panzerfaust kann ich dann gleich gegen den fetten einsetzen mit schwere artillerie jetzt sind es schwere waffen ok und du auch noch mal schön und das ist ein schwerer atst der ist schneller kaputt als die männchen die kleinen roboter ne die gehen wir auch im sack in die bd bd oder ist noch einer achtung hinter dir atst die leute wollen nicht spaßen hier mit uns ja wo bist du gräfungskapsel hülle die an die nase da boah ja alle hülle 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 oh scheiße der ist über mich drüber gelaufen ja die mine die mine hat schaden gemacht oder doch nicht zu spät das platz zu wenden die gewinnt niemand von wie sie wie sieht es aus batz ja schönes ding ok video witz alles klar los zum transporte ja ha ja 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 das war doch mal geil ja sieht doch schon wieder richtig toll aus richtig und wir haben die Dinger gemeistert Gott sei Dank diese 5 Bergungsdinger ich guck mal eben kurz ja es gibt wieder zwei Sternchen einander schon ja zwei Sterne da fehlt uns noch Schwermeister und nie gefallen also ich denke mal dass wir vielleicht irgendwann mal das natürlich auch noch mal machen werden oder? ja aber ich weiß nicht ob wir so ein Let's Play machen ok liebe Freunde da war es das war für heute wir haben ja jetzt erstmal diesen Auftrag hier erfüllt und morgen gehen wir dann auf keine Ahnung wohin letzte Schlacht ich weiß gar nicht was die hieß also wir sind jetzt schon mal auf Endor gewesen und ja da würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen ich habe es auch Spaß gemacht und morgen ist dann sozusagen die letzte die letzte Runde vom Online Match Survival genau letztes Survival und dann geht es online im übernächsten Part und jo da würde ich sagen sehen wir uns erstmal morgen wieder bis dahin ciao 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 Wow.